Hey ho meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Game Impulse. In diesem Video möchte ich euch die ganzen Kistenstandorte zeigen und zwar ist ja am 2. Juli die Lumina Quest aufgetaucht und in dem zweiten Questschritt wird uns das Navigerät zeigen zu welcher Kiste wir müssen. Dort steht dann der Name Dorton wie jetzt zum Beispiel hier Schaft 13 und dieser Name bei diesem Navigerät ändert sich jede Stunde. Acht Kistenplätze sind es in der Zahl auf jedem Planeten eine Kiste und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wo genau sich die Kiste auf jedem Planeten befindet. Genau, ich werde euch unten in der Videobeschreibung natürlich das Ganze reinschreiben zu welchen Zeiten ihr welche Kiste findet, denn jeder hat ja immer eine andere Kiste und ich werde natürlich auch unten nochmal in der Videobeschreibung die Lumina Quest reinschreiben, den kompletten Guide dafür, damit ihr natürlich weiterhin versorgt seid, wie es natürlich weitergeht oder wenn ihr irgendwo hängt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt, einen Like und wenn ihr mich in Zukunft auch nochmal kräftig unterstützen wollt, schaltet die Glocke ein. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim selber farmen, gut Loot und ich hoffe wir hören uns bei den nächsten Videos. Servus! Bisесть! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020